Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, herzlich willkommen von außerhalb von MyAbo. Wir werden heute live gestreamt. Herzlich willkommen zu diesem schönen MyAbo-Öler-Fashion-Abend. Wir haben uns ganz was Besonderes überlegt für unsere werten Gäste. Wir bedanken uns erst mal sehr herzlich für Ihre Geduld. Die letzten zwei, drei Tage waren etwas hektisch. Deiner oder andere kennt mich jetzt schon von mehreren persönlichen Gesprächen. Wir danken Ihnen sehr für die Geduld, die Sie die letzten zwei, drei Tage mit uns hatten. Das, was Sie jetzt heute sehen, das sind wirklich wir. Das heißt, wir wachen uns sehr viele Gedanken um unsere Gäste. Wir kümmern uns, wir schauen, dass wir exklusives Programm anbieten dürfen. Und genau das ist der Gedanke hinter dem Mai, das für das MyAbo steht. Das Mai steht dafür, dass wir individuelle Urlaubswünsche und Urlaubsträume wahrmachen. Und das macht unter anderem in Italien, wenn man in Italien, Urlaub macht natürlich auch die schöne Mode. Was wäre in Italien ohne die schöne Kleidung und was wäre das MyAbo ohne diese schönen Events. Buonasera a tutti, ben arrivati a questa serata speciale al MyAbo. Vi ringrazio innanzitutto per la pazienza durante gli ultimi giorni. Abbiamo avuto dei giorni intensi. C'è chi è venuto con le macchine veloci, avete visto, ci vuole pazienza. Ringrazio a nome della nostra famiglia Huber, nostro team MyAbo per la pazienza. Però questo che vedete stasera siamo proprio noi. Ci pensiamo a fare eventi belli. E proprio la parolina mai nel MyAbo è questo che è questa serata che dedichiamo a nostri aus, bitte. Das Mai im MyAbo ist auch ein Erlebnis. Wir sagen Urlaubserlebnis ist natürlich einmal die Berge, es ist einmal das MyAbo und dann ist natürlich auch die Stadt Brixen. Eine wunderschöne Bischofsstadt, die sich aber vor allem auch einen Namen gemacht hat durch seine schöne Mode. Und wenn man durch die Brixener Lauben spaziert, dann fallen einem natürlich drei Geschäfte sofort auf und zwar von der Unternehmerfamilie Oehler. Die Familie Oehler ist heute vollzählig da. Was für eine Ehre, sowohl die älteste Generation, die Großeltern, die mittlere Generation, aber auch die ganz junge Generation. Und das werden wir heute erleben, wie sich die Mode über die Jahre entwickelt hat. 60 Jahre Tradition vom Modehaus Oehler, Oehler Fashion Company. Sie werden gleich sehen, was die Familie Oehler natürlich besonders ausmacht, sind die Lederwaren. Sie werden sehen, da ist eine Geschichte, eine Tradition dahinter. Das werden wir jetzt gemeinsam leben. La Tradition des Negozi Oehler hat eine Tradition di 60 Jahre, quindi siamo molto onorati di avere la Familie Oehler. Nel totale c'è la generazione dei nonni, dei figli e anche già dei figli dei figli. Sono tutti qua stasera e ci faranno vivere una serata piena di emozioni. Wir wünschen einen wunderschönen guten Abend, gute Unterhaltung. Die Geschäfte sind natürlich morgen vormittags offen. Wer jetzt eine Runde in der Stadt machen möchte und die Vitrine, die wir unten haben, das sind dann natürlich jetzt nicht nur heute Abend unsere Partner, sondern das ganze Jahr. Und wir freuen uns jedes Mal, wenn wir Gäste dort hinschicken, weil die Familie Oehler hat dieselbe Philosophie wie wir. Das meiste dafür, dass wir Qualität bieten möchten und dass wir vor allem unvergessliche Erlebnisse beim Shoppen und beim Urlaub kombinieren. Einen wunderschönen guten Abend, buona serata a tutti. Giusto come piccolo consiglio, domani mattina, ovviamente, tutti i trei negozi Oehler saranno presenti e aperti nel Centro Storico di Bressanone. Buona serata. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.